Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Christian Schauer, mein Partner, Bevorragungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Und ja, heute haben wir nochmal das Thema, weil das doch einige interessiert hat, scheinbar ADS, Borderline, Anfälligkeit für toxische Beziehungen, Dopamin. Kurz zu meinen Kursen, ich habe meine Meditation, das habe ich letztes Jahr schon mal gemacht, diese Live-Meditation, wo man zusammen meditieren, auch Fragen stellen kann, so alle möglichen Sachen, das habe ich im November angeboten, packe ich auch nochmal drunter. Bootcamp gibt es eins und die Ausbildung geht bald los, Einzel und Paar, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich werde aber jetzt nicht jeden Link drunter packen, findet ihr alles auf liebeschip.de. Ja, ich hatte ja vor ein paar Tagen schon mal ein Video gemacht, so die eine Sache, wo du erkennst, dass du in einer toxischen Beziehung bist, also nämlich Liebessucht. Und hatte da auch gesprochen, dass es ja auch Liebessucht viel mit Dopamin zusammenhängt offenbar, gibt es ja auch Untersuchungen und hatte dann so einen Bogen geschlagen zu ADS und so weiter. Und da kam es dann zu Fragen. So, was ich jetzt sage, ist, teilweise gibt es ja Untersuchungen, teilweise sind das so Spekulationen vor mir, aber kann man ja auch mal erwarten vom echten Psychologen, dass er auch mal vielleicht einen Blick ein bisschen erweitert. Und da will ich euch gerne dran teilhaben lassen. Und zwar, also was mir immer wieder auffällt, ist ja, dass Menschen, die so eine toxische Beziehung festhängen, das ist wie gesagt, das ist ja wie so eine Sucht, weil man immer wieder diesen Kick kriegt, dass irgendwas funktioniert an diesen Horrorbeziehungen und dann funktioniert es eben wieder nicht. So, es gibt Krümelbeziehungen, da bekommt man wieder irgendeine SMS oder es gibt wieder hoten, toxischen Bettsport und ja, und dieser Kick vermittelt sich eben viel über Dopamin. So, jetzt habe ich mich halt gefragt, wie ist denn das, wenn man jetzt sowieso schon ein Thema hat mit Dopamin, da gibt es natürlich verschiedene Sachen, aber mir fällt auch immer gleich ADS ein. Das ist ja auch unter anderem Dopamin, Stoffwechsel, Ausprägungsstörung, whatever und die ja auch dazu führt, dass man so eine Thrill-Neigung hat und wenn man eine Thrill-Neigung hat, dass ich halt auch zusammenhänge, Thrill-Neigung und Anfälligkeit für toxische Beziehungen. Und das ist, wie gesagt, na gut, bleiben wir mal kurz auf dem Boden der Forschung noch, das ist ja mittlerweile auch bekannt, dass ADS oder ADHS und Borderline, dass es da Verbindungen gibt. Verbindungen heißt natürlich jetzt nicht Ursache, aber es gibt so einen gewissen Symptomüberschnitt, das finde ich sowieso mal schwierig an diesem ADS-Konzept, dass es so einen hohen Überschnitt hat, auch mit Depressionen. Aber wenn du jetzt gerade diesen impulsiven Borderline-Typ hast, der hat natürlich auch viel Überschnitt, vielleicht gerade mit ADHS auch und ja, kann man sich auch fragen, wird das vielleicht manchmal auch vielleicht nicht optimal diagnostiziert, dass man statt ADHS dann vielleicht eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Aber ich habe jetzt mal nach Zahlen gesucht, was ich jetzt so gefunden habe, ist, dass erwachsene ADSler, dass die, muss ich mal gucken, ja, da habe ich jetzt gefunden, so antisoziale Persönlichkeitsstörung 20 Prozent, Komorbidität und Borderline 14 Prozent. Ich meine, das ist jetzt, kann man jetzt überlegen, ist das viel, ist es nicht viel und natürlich auch mit Süchten, Angststörungen, Schlafstörungen, ja, das ist halt immer das Problem, dass so viele Sachen so überlappend sind. Das macht auch, denke ich, dieses ganze Diagnostische so problematisch. Ja, jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, was ist Huhn, was ist Henne, aber was mich jetzt einfach im Rahmen von toxischen Beziehungen halt interessiert, ist, ja, wer ist davon so Betroffener und kann man vielleicht zur Querverbindung ziehen, dass man sagt, ich habe ein ADS-Problem, ja, vielleicht sorgt das auch dafür, dass ich mich schwerer tue in Beziehungen. Und das ist ja auch ein Teil der Diagnose von ADS, das ist ja auch ein Lebensbereich, der da vielleicht problematisch sein kann. Ich denke, das muss ich jetzt gar nicht groß erläutern, dass es da so viel Querverbindungen gibt. Aber, ja, vielleicht kann man sich einfach mal Lust hat, aber auch können die auch mit drüber nachdenken, dass eben vielleicht dieses, so ein bisschen Neigung, seinen Dopamin-Haushalt da oben ein bisschen auf Spur zu bringen, dass einen das, ja, vielleicht, dass man es schuld, vielleicht besser findet als viele andere. Und deswegen auch vielleicht sich besonders schwer tut mit toxischen Beziehungen, weil sie neben der Toxizität ja auch diesen Thrill bringen, so, ne, ob man es jetzt gut findet oder nicht. Das ist ja jetzt gar nicht hier die Frage, so. Ist halt manchmal so, dass man so kurzfristige Kicks höher wertet, unbewusst als langfristige Sachen, die man vielleicht in stabilen Beziehungen dann erreichen könnte. Ja, vielleicht hilft euch das ein bisschen weiter, da mal drüber nachzudenken, was das so für Konsequenzen ist aus meiner Sicht, also von dem, was ich hier so bearbeite, hat es einfach nur die Konsequenz zu sagen, okay, ach, ist ja spannend und ich versuche da gut mit umzugehen und verstehe vielleicht, dass ich da eine Neigung habe, die eben da ist so und mit der ich irgendwie gut umgehen muss. Und vielleicht lernt man sich einfach besser verstehen, wenn man sich das klar macht, so ein bisschen so, ne, und kann auch, ja, wie man vielleicht selber auch beiträgt, dass Beziehungen vielleicht ein bisschen schwierig laufen, sind ja nicht immer nur die bösen anderen, ja, vielleicht schafft das so eine gewisse Awareness, so, ne. Ja, kommentiert gerne mal drunter, wo ihr da so Zusammenhänge seht und, ja, und klar, das ist natürlich immer logisch, wenn ihr relevante Störungen wirklich habt, dann heißt es natürlich immer Psychotherapie oder irgendeine Art von anderer ärztlicher, psychotherapeutischer Behandlung, das sollte man natürlich nicht in Eigenregie machen, aber, ja, drüber nachdenken kann man ja mal. In diesem Sinne, wir hören uns bald wieder.